Jetzt fühl mich, ne? Ach so. So, jetzt hier bleibt es noch weiter hier. Unterarm auch. Alter, der sieht ja geil aus. So, hier von Ibonet. Unglaublich. Richtig geil. Und das Gesicht höher. Musst du mal von erzählen. Da wird Marlon Brando. Aus dem Film der Wilde. Der Wilde, siehst du ja. Das war früher ein Unfall gewesen. Und das wird hier... Das ist ein Pin-Up-Girl. Kelleleck, die Schnauze hier. Das wird dann noch neu gemacht. Und das ist der nächsten Monat. So, gut. Geil. Richtig geil. Und was ist das? Das ist das Wappen von Rockabilly-Universität in Burns, Tennessee. Okay. Panima jetzt. Das ist Wappen. Das ist Wappen. Das ist geil. Ja. 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 Hier haben wir weiß gemacht. Da war Elvis mal. Da wird ein Neuer gemacht. Da kommt ein Neuer. Ja. Ja. Ja, was? Was kommt drauf? Ein Neuer. Da kommt Graceland. Ja. Und da runter kommt Elvis. Ja. Cool. Hier hinten. Achso. Hast du da hinten eigentlich. Das war von früher. Da kann ich jetzt nicht runter machen. Achso. Hinten auf der Schulter. Ja. Da musst du mal hoch machen. Nichts da runter machen. Das ist vor 30 Jahre gemacht worden mit Merle Mondo. Das hat er komplett weg gemacht. Ne, das wird neu gemacht. Das wurde vor 30 Jahren gemacht. Das wurde vor 30 Jahren gemacht. Ach, hat er das? Da war das Gesicht fertig. Ja. Und das andere wird jetzt fertig gemacht. Alter, so groß? Ja. War gut. Daneben kommt dann James Dean. Das ist nächsten Monat. Ja. Wenn du bescheid bist. Ja. Wiss ich bescheid. Wiss ich da schon mal bescheid. Ja, geil. Alter, sieht das anders aus jetzt. Cool. Hammer, oder? Ja. 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 Auch mit dem Flugzeug ist geil, ne? Weißt du, wir müssen auf dem Flugzeug abgeschützt und überlegen, ob wir mal das Rot machen. Weil das war eine originale Rote. Ja. Und, aber erstmal musst du das abheilen. Und die Wolken gehen. Ja. Das sieht sehr geil aus. Das ist ein Hammer. Rockable Universität. Wenn du bescheid bist. Ja. Dann soll man nachher mal sehen, wie man das sieht. Dadurch, dass ich das Heft aber vorgehalten habe, ist der Schatten da, dann sieht man's. Ja. Soweit ich das Heft davor hätte, ist weniger Licht. Ja. Und dann kann man's sehen. Ja. Und dann kann man's sehen. Ja. Ja. uter Romer. Und dann kann man mit Holzashvendastat 네?